Die heutige Ausgabe ist eine Sonderausgabe anlässlich des 29. Geburtstages von Dina Donner, Künstlername Dina Jovovich. Geboren wurde die Dina im letzten Jahrhundert bzw. vorigen Jahrtausend und sie feiert heute ihren letzten Geburtstag mit einem Zweier davor. Dina hatte heuer das Pech, genau in der Corona-Zeit Geburtstag feiern zu müssen. Eigentlich war diese Geburtstagsfeier heute in Paris geplant, es war das ganze Louvre bereits reserviert und wie man sieht war auch Mona Lisa schon in Feierstimmung. Aber daraus wurde leider aufgrund des Coronavirus nichts. Sie hat sich dazu entschieden das ganze anders zu machen, nachdem man sich ja nicht treffen darf. Sie bekam lauter Videobotschaften, teilweise aus der ganzen Welt und so konnte dieser bösartige Coronavirus natürlich nicht übertragen werden. Wir zeigen Ihnen diese ganzen Videos jetzt und läuten diese ein mit der Signation. Ich sehe jetzt ganz verdutzte Gesichter bei den Burgenländern. Eine Signation ist eine Can-Melodie. Also wir läuten jetzt diese Videos ein mit der Can-Melodie der Zipp aus dem Jahre 1991, dem Geburtsjahr von Dina. Ich wünsche viel Vergnügen. Vergnügen So Alles Gute zum Geburtstag, Dina. Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. Ein exklusiver Tropfen für unsere Tina heute, die hat heute ihren 29. Geburtstag. Man glaubt's nicht, es ist März und ich hab Flip Flops an. Wunderbar! Intensiver Geruch. Guter Eingang, guter Ausgang. Sozusagen ein Behördenweg. Den nehmen wir. So, Libidina, dein Glas. Dankeschön. Prost, auf deinen Geburtstag. Prost, danke. 29 und ranzig, 30 nächstes Jahr und fleißig. Hallo ihr Lieben. Heute ist mein Geburtstag. Danke, dass so viele an mich gedacht haben und mir Videos und Glückwünsche und Fotos und Nachrichten zukommen haben lassen. Leider können wir aufgrund vom Coronavirus nicht gemeinsam feiern, aber wir werden es bestimmt nachholen. In diesem Sinn. Prost und danke für die Glückwünsche. Tschüss. 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 So. Nice. Kiitos. Musik. Danke. Tschüss! Wahnsinn. Happy birthday, Tina! Happy birthday, Tina! Happy birthday, Tina! Hat die Lippe für dich geknuddelt, geknuddelt, geknuddelt! So, Tina, I wish you a wonderful, wonderful birthday. Sending you wishes from South Vietnam, unfortunately, couldn't be there in Austria this time, but we're going to definitely have another celebration for your birthday together. I hope you have a great year, and I wish this year is better than most of your years, and every year in your life is happier, healthier than the last. And today I drink some Vietnamese tea for the best of your health. All the best! Liebe Tina, alles Gute zum Geburtstag und Prost! Happy birthday to you! Marmalade in you! Abrikauze in the house! Happy birthday to you! Alles Gute zum Geburtstag! Du bist die Zuckerpuppe von der Volldansgruppe, die ein Jäger von uns kennt. Du bist so kleine wie die geschätzte Kraftmaschine, die den Urnbjörn umabrennt. Wünsche, Fried, Freude, Gesundheit und Erfolg! Du bist die Beste von der ganzen Volldansgruppe, gerade so viele Jahre noch! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Feiermark Burgenland! Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer Sondersendung aus gegebenem Anlass! Wie wir erfahren haben, soll heute ein Geburtstagskind unter uns sein. Bereits zum 29. Mal jährt sich am 18.03. dieses Ereignis. Es ist eine junge Dame, auch Diener, Dinschkertrudl genannt, welche mit Leidenschaft Kinder von Weitem unterrichtet. Außerdem ist unser Geburtstagskind eine begnadete Sportlerin. So hat es ihr vor allem die Stange angetan. Man sieht sie in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit kaum. Wir würden ihr gerne gratulieren. Das Landesstudio Steiermark Burgenland hat einen Zeugen gefunden, der sie gesehen haben will. Außenstelle bitte melden! Hier ist jetzt die Außenstelle des Landesstudios Steiermark Burgenland. Ich bin hier im tiefsten Burgenland und habe da einen möglichen Zeugen für sie entdeckt. Oh, seid ihr schon da? Ja, da! Grüß Sink, ich bin der Steve. Und ihr sucht ja die Trudel, gell. Ja, das ist eine Geschichte, ich kann ihnen fast erzählen. Da, 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 in der Kuh hat ja so schlechte Milchkampf geworfen. Und da war ich dann draußen und dann habe ich gesehen, dass die Hände auch so schlecht liegen. Da habe ich mir gedacht, der lege Arsch, ich scheiße gleich drauf und dann soll die Kuh die hier fressen oder so ähnlich halt. Und dann bin ich rausgegangen spazieren und dann hat mir das Kreuz so weh dann. Da hat mir das Kreuz so weh dann. Da hat mir das Kreuz so weh dann. Ich kann es euch nicht sagen. Also, ich, da, da, nein, wirklich. Also, und, 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 und dann haben wir so ein Ding mitgenommen, so einen Sitz haben wir mitgenommen, vom Hochstuhl runter, weil der Kahl, dann, was war die Woche, das könnte ein bisschen haben, der, der braucht ihn nicht mehr, hat er gesagt. Und, 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 und dann habe ich da. Wollt ihr ihn vielleicht sehen, der war, weil der ist gut fürs Blut. Und, 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 und wegen der Scheiben, war er zu, hat er gesagt. Ich weiß nicht, was für welche, aber wegen der Scheiben, hat er gemeint, war es. Ja, bitte lieber Herr. Schaut mal her, da schaut mal her, wie der ausschaut da. Da, da, in Zorgen, da bin ich gesessen haben, da, wenn ich gesessen habe, gingen auch schon völlig, völlig gingen auch. Gnieren nicht, nein, das muss erst, gingen, gingen muss erst, gell, aber, aber setzen, setzen ist gut, haben, äh, ja, so ein rechterwein gehörts, nicht, weil ich gesessen bin, aber, halt vorhin was schon nichts essen, gell, aber ist wurscht. Ist wurscht. Ich selts mich wieder hin, weil mir kommt viel, ich spetsche wieder. So, jetzt, was haben wir gewohnt? Ein, aber, bei der, bei der Trudel, da, und da war ich oft da gemein, weil, ich bin ja neige, ich bin ja auf dem Hausaus, ich könnt's ja nicht vorstellen, wie ich neige bin. Und, warte, ich trink mal, gell. Die Zeit haben wir, nicht, oder, beim Fernsehen? Ja, sehr, 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 sehr. Bist du Deppert, das ist gut. Und da war ich auch, und da haben wir so einen, wie sagt man da im Fernsehen, einen Steckenbrief, nicht so, haben sie ausgegeben. Und dann habe ich mit und dann haben wir gedacht, den such ich, den such ich, da habe ich einen Steckenbrief, da könnt ihr so wie schauen, das steht oben. Auf Englisch, glaube ich, Wandditten oder so ähnlich, und unten steht Trudel und das Bild ist eh wie oben gerissen, hätte ich gesagt. Dann habe sie es. Ja, auf den, bin ich rausgegangen, davor einmal schaue ich so ins Gestauder, Gestauder versteht sie eh, gell, so ein Buschelwerchle halt, und, 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 und ziehe dort einen Jungenhupfen dran. Nein, ich habe dir ausgeschaut, das gibt es ja gar nicht, hat der, und, und, und,. Dann haben wir gedacht, das ist, das ist und ich denke, der ist noch dort. Wenn es umregt mit der Kamera, nicht zu mir, zu Steve, ist es ja egal.. Um mir dort hinten gestaudert, genau dort rum, wo der Haas immer einlegt. Dort hinten ist es irgendwann auf und an gerade auf dem Priegel Seht ihr's? Mir kommt an, ich rieche's voll. Ja, hoffentlich schreckt ihr's nicht auf. Weil der ist der Hörgel, der Hörgelbeckang ist da und wenn der umhüpft, da hat er dem Buschen das klappt, ich meine, gell, gell, ist es oder ist es nicht, ich weiß es nicht, es waren so viele Blattlvieh und kriegen kann es auch vorige Woche zweimal, ja, ja, ich sehe es, gell, wo es so gesehen ist, ja, weiß ich nicht, gibt es einen, der einlaufen, oder man ein Geld hat, fürs Finden, gibt es das, oder muss ich da zum Vizekanzler gehen, na, zum Bürgermeister können sie da gehen, glaube ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir unser Geburtstagskind gefunden, lieben Dank, Herr, Steve, Steve, sag Steve zu mir, Steve, ja, und das trinken wir auf das Geburtstagskind, ja, das ist eine gute Idee, die Trudel, Happy Birthday to you, 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 Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday, du, juhu. Alles Gute, Tina von Familie Jakum. Bis bald. Liebe Tina, wir wünschen dir Juhu, juhu, anniversaire. Feliz compleanno, la multi anni. Bon compleanno. Alles Gute zum Geburtstag. Freitag, rogeran, happy birthday. Sangri, qualeu. Prost, unsere lieben Tina, zum 17. Geburtstag. Im burgenländischen Hochgebirge. In der Einsiedelei da herum in Eisenberg. Zum heiligen Rasenkreuz. Das passt. Kannst du dich gleich einschreiben. Schön, dass du da bist. Im Kloster. Prost. Prost. Happy Birthday, du, juhu. Happy Birthday, du, juhu. Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday, du, juhu. Happy Birthday, du, juhu. Happy Birthday, du, juhu. Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday, du, juhu. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Tina. Wir vermissen dich. Tschüss. Liebe Tina. Alles Gute zum 29. Jahr. Da sage ich nur hip hip hurra. Und bist du schon 29? Doch spürst du gar nicht ranzig. Und durch keine Falten oder graues Haar. Da sage ich nur hip hip hurra. Für 29 bist du wirklich jung geblieben. Drum tut dich auch der Andi so lieben. Und stoße dich an auf deinen 29er. Und sage nur hip hip hurra. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Tina. Also, liebe Tina. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Und wie es es für den Schmied gehört, mache ich mein Bier mit dem Messer auf. Hoppola. Auf die, Tina. Prost. Gute, Tina. Alles Gute. Hallo, ich vermisse dich sehr. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich. Ich singe jetzt ein Ständchen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tina. Happy Birthday to you. Bis bald. Sie sehen uns in der Schule. Hallo, Tina. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Und mangel ist Bier und Dorn von Bayern München wünsche ich dir mit Eierlikör auch Prost. Macht's auch eins. Macht's auch eins, okay? Ja, also, liebe Tina. Das siehst du jetzt nicht. Ich hätte da eh schon ein Hergericht gehabt. Aber du kannst dir heute leider nicht kommen, nicht? Ja, jetzt müssen wir das halt so machen. Alles Gute, Dirntl. Prost. 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 Hast du neu geprüft? Ich liebe meine Leute, so gehören ich, wie viel Zeit gehören wir in den Corona-Aufeld. Ja, aber schau, am Henkel hätte ich auch da wollen, schau. Hi! Schau, schau, Hands on. Ah nein. Schau, haha. Ja. Ja. Omas Rumtopf. Sauf nicht so viel. Ja, das sagt die Richtige. So, okay. So, alles Gute. Happy Proste. Du schreist so. Dankeschön, Prost. Ciao, Baba. Prost auf dich. Prost. 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 Tschüss. Tschau. Baba. Hüppsch. Hallo meine Lieben. Ich vermisse euch total. Vielen, vielen Dank für eure Geburtstagsglückwünsche, eure Videos und Musikständchen und alles Mögliche. Danke auch an die Mama und Papa und Bruder und Schwester, alle die mitgesungen haben. Ich bin echt voll gefreut drüber. Ich vermisse euch total. Und ich freue mich schon, wenn wir die Muffins gemeinsam in der Schule genießen können. Bis dorthin. Habt eine schöne Zeit. Macht's gesund. Hab euch lieb. Juhu. Tschüss. Zwei. 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 Also, ein, ein, ein. Na, das ist jetzt ein Schaß. Zwei. Zwei. Zwei.